Musik Jo, legen wir los Ja, warte Hast jetzt schon gestartet Begrüßung gemacht Ja, ja, hab ich alles gemacht Ich hab's auch nicht gehört Doch, doch, ja, du warst kurz AFK Wo ich das gemacht hab Ich will ganz ersatzten Okay, go Auf geht's, Attacke Das ist voll, äh Die komische Musik im Hintergrund Erinnert mich an Für GURUB Nee Prinz of Persia Hier war ich noch nie Was ist, können wir los? Ja Oh, es laggt schon ein bisschen Okay, äh, Moment Okay, passt Go Ich glaube, ich muss das Zeug aus dem Kessel trinken Aber das macht schon ordentlich Schaden Ja Ich glaube, ich werde nachher umlocken müssen Ich glaube, ich werde nachher umlocken müssen Keine Ahnung, wie er hieß Ja, jetzt haben sie einen Baum einfach gefällt Ja So spart man Instanzfeld Ja Auch nicht, äh Moment, aber hier Da gibt's ne Brücke Guck mal Ich glaube, ich werde nachher umlocken müssen Ich werde nachher umlocken müssen Und wir lassen von uns Stanz! Oh Gott, wir werden so jämmerlich Verrecken Das ist schon der erste Boss hier Was kann denn der? Die Ine hat extrem viele Bosse, fällt mir grad auf Immer noch Oh ja, stimmt Aber ich bin dieselben, oder? Wer noch ist, ist ja immer noch der gleiche wie früher Kann man die Wachen poolen, ohne dass er kommt? Probier's noch mal Boah, rennt aus diesem Zeiger raus Alles, was mir tief cool leuchtet und nach Schaden aussieht, rennen einfach raus Hä? Ja, da müsste ich aus meinem Schwert raushalten Ja, aber die machen schon extrem Schaden Ich hab überlebt Na, hast du keinen Healskill unequipped? Thomas? Ich? Nein Wir haben einen Paladin, der nicht heilen kann Was ist das für ne Scheiß? Ja, Paladin, eh keinen Schaden Gut, er heilt Ja, übel, aber das ist ja alles kill bei dem Typen Da kann man nicht irgendwie... Ja, wartet mal, wartet mal Stopp, 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 stopp Weil sonst, äh Hab ich ein Mana-Problem Ich hab keine Mana-Packs dabei Ich glaub das Video nennst du einfach Let's fail Zulgurub Ja genau Ja gut, jetzt schauen wir halt einfach mal Heimer mal drauf Noch nicht, äh Wirf Ash und Brewer Teil 2 Ne, ne, let's fail Zulgurub In die grüne Größe Boah, der haut bös rein Ich glaub wir hätten nicht auf Hero schalten sollen Den kannst du nur auf Hero spielen Ja, aber... Aber der Eingang war vorhin, äh Wie ein normaler Eingang Und du warst ja erst beim Umschalten Kannst du nur auf Hero betreten Ich hab schon versucht Es gibt die Classic Version nicht Okay Bitch please Schau mal Zauber Wo ich schlecht raus Hoffentlich bringt's was Ich hab jetzt extra meine Cooldowns gespart Ne, ich hab meine rausgehauen Oha, der kotzt dich an Ja, des passt, des stirb Hey, wir haben uns gerade voll freigeschaltet Es ist nicht leicht grün zu sein Ja Und wer ist dabei? Ja, ein Ork natürlich Ich glaub das ist sogar ein Witz von denen, ne Es ist nicht echt als grüner oder so Boah, der wird wirklich schwer, Leute Wir haben alle zwei, alle drei nur noch halb Leben Ach, wir haben Kräfte sammeln Ja, bis auf den Parler, ja Ja, der Parler stirbt immer Egal ob BWL oder... Gehen wir erst hier hoch Okay Welten das scheiß Mount Drop? Mhm Die sind ja alle freundlich Außer der da Ja, okay Oh, hier kommen Steine runter Fuck, 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 fuck In die anderen Tons Ja Ja George Alter Er kommt nicht hoch Ja, das ist nur das erste Mal Oh mein Gott, sie haben Doppel getötet Ihr Schweine Ich muss schon sagen, die Charaktermodelle ist ja der Troll aus der Grube schon gelungen Du willst rausrennen, oder? Ja, ja Hört gefährlich aus Kevin, du verrechst Oh, mein Fernseher wird sich ausschalten Ja, hast du auch so ein Ding drin, wo... Ja Wo dann... Alle heilige Zeit sagt so Haltet sich ab Ich find das äh... Ziemlich uncool Don't tell me how to live my life Wat'n dat'n? Franzis Kessel des frierenden Fleisches Oh... Cool Oh shit Bam 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 Ich bin ganz übel Na toll, jetzt bin ich auch festgefroren Ich will auch die fetten Schaden rausfahren Ja, Mutter braucht nicht weglaufen Ja Schlampe Das hat aber früher auch anders ausgeschaut Da haben sie auch einfach irgendwas davor geschmissen Ja Er wurde mit dem Pixel zugekleist Ja Hier wird gespart Es muss hier so ein Schild stehen, wo draufsteht Es tut uns leid, liebe Spieler Aber wir konnten uns leider keine weiteren Pixel mehr leisten für diesen Abschnitt Ja Äh, okay Mal kurz die Lage checken Ja, scheiß kaum Ja Das werden wir schon überleben Wir haben ja schon äh... Gilden Stufe 25 und den Massenrechts Also... Oh lol What the fruit What the fruit Ich wurde gewonnen hittet Ah, genau Da wird man immer wieder wiederbelebt von diesen... Das ist der Rap-Vorm-Bot Boss Der hat jetzt den Rock? Steht hier gerade Ja Kannst aufhören zu farmen, den lootest nachher GlEs Yay Wow Oh Oh Webe Hast du scher Ghost Out auch ja ein paar schon wieder ein mein wort es war aber ultra knapp Kinder oben nicht so schnell mal der hat du was würfelt auf alles bedarf was soll er braucht ihr wohl war die dritte jetzt habe ich mir doch gedacht ja ich nehme halt das dachte nur vielleicht bist du bedürftig natürlich bin ich bedürftig also der hätte jetzt in den Raptor tropfen können hast du auch die Questreihe im Schlingentontal gemacht da kommt das vor mit Zulgurub du kriegst jetzt aus unserem kleinen Raptor was sechta und dieses Raptor baby wie du dann weggenommen von dem Blut führst ich habe mir nur mal den Ravasaurus geholt aus dem Un'Goro Krater was hier oben? Boss? Tanzer der Ruhelose Woomzuer der Ruhelose was passiert wenn ich das anklicke? ich weiß es nicht wir gehen alle auf dich los Alter ich werde hier vor gestalkt ja Aschenbringer zieht Argo ja ähm 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 der Pauler Power auf Olomolo ich hör das auch die ganze Zeit ich glaube ich müsste weitere ähm ähm Dinger hier drücken mein Gott hier kann man ja alles anklicken halt einer ist noch da ja wir sollten den Fachmann hinzuziehen der sich mit der INI auskränkt oh ich hab was gefunden untersuch das Objekt ein Hinweis ja die kann man sogar luten oh toll ok ok also untersuch das Objekt ey ey guck mal guck mal da fliegt ne Vase auf die Vase verbrennt sie ich glaub wir müssen irgendwie alle Objekte zum Tanzen ja jetzt kommt der Rest auch noch ja voll strange das ist Paranormal Activity Wollte ich jetzt auch gerade sagen das ist grad spannender als der Film ich bin da Röntgen ich bin da 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 hier wieder was ja 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 wer bei Blizzard hat dermaßen Langeweile um auf solche Ideen zu kommen ne wer bei Blizzard nimmt im Züge stark gedrohen das auf solle Scheiße kommt ne wer bei Blizzard nimmt im Züge stark gedrohen ja 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 ok was machen wir jetzt hier? keine Ahnung wir müssen versuchen den Poltergeist irgendwie auszutreiben kann man das irgendwo nachlesen? Kampendium oder so ok hm vielleicht müssen wir fertig looten hier vielleicht droppt irgendwas hm sind wir kann mich mal brauchen ja 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 also wir haben hier ein Fossil, eine Zwergenvase und eine Nachtelfenvase was gibt's denn hier noch? diese komischen Steintafeln? ja die von den äh zwergen die Steintafeln ja 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 Da, hier! So, ich hab mal auf diese Standhapel draufgedrückt. Ah, hier tut sich was. Ja, okay. Es lebt! Oh mein Gott! Nein! Wir werden alle sterben! Aha! What the fuck? Wusch, Hubi? Meine Mutter wird es bereuen. Leeroy! Niemals! God damn it, Leeroy! Das ist doch mein Fall! Achtung, jetzt kommt irgendwas, was Aua macht. Aua? Oh, das war kass. Oh, cooldowns! Na, also geht's. Jawohl! Kein Erfolg! Billig! Gibt's denn hier? Brustplatte? Handschuhe? Braucht ihr sowas? Na! Ja! Nehm alles mit! Wird verscheppert! Meine Taschen leer! Wie geht's denn so, Mann? Oh mein Gott! Aua, au, au, au! Oh! Boah, ey! Die machen ganz schön Schadengedenger. Ja! Okay, wartet erstmal wieder. Sie freuen, wie die Anna Jones gleich ist. Ich muss nähern. Wer ihr seid denn? Wartet auf mich! Erst wieder aufpolieren hier. Ne Gürtelschnalle polieren. So, ich bin wieder da. Der Glitzerparler. Der fette Tau, der sitzt im neuen Ballwagen. Der schaut ja aus. Oh mein Gott! Ich hab einen Tumor! Hilf mir! Ah, hier geht's hoch. Komm jetzt! Zum nächsten Boss! Oh! Sieh du euch! Ich griff! Hm. Hey! Problem oder was? Aber das alte Zulgrub hat mir schon besser gefallen. Mahlstromkristall. Ja, das ist wichtig. Das brauch ich. Hm. Kann man hier irgendwo was entzünden hier oben auf dem... Nee, ich hab schon geguckt. Hier gibt's nen Priester. Stop! Ich werde angegriffen, Leute! Handle ich! Wehr dich! Wehr dich! Wehr doch! Für irgendwas hast du nen heiligen Hammer. Genau. Heiligen Hammer! Der will ja dich umsonst nicht mehr grüßen. Hab ich schon verwendet, den heiligen Hammer. Der U-ter... Der U-ter Leidbringer! Ja, Thomas, jetzt hör auf, die... die freundlichen Trolle zu vermöbeln! Äh, ja. Gott sei Dank hat das der andere jetzt nicht gefilmt, ne? Lass uns wieder und sofort die Troll-AG anschreiben. Dann macht's was wir hier überhaupt machen, ne? Das ist ja voll trollfeindlich und so. Völkermord bei den Trollen. Und es geht unter Kollateralschaden. Ah, da vorne ist er doch mit seinem fetten Viech. Das ist schon wieder so ein komisches Gesicht. Der Sarka, der Guru Bashi. Aber da gehen wir gar nicht hin. Der liegt da hoch, ne? Nee, den da nicht. Da. Holzing. Hopp! Der macht aber irgendwie nichts, ne? Nö. Nee, der macht nur Okulu, Okulu. Kein Skill. Aha, aha, aha. Andi, hast denn auch den Ingeben-Sound jetzt dabei bei der Aufnahme? Ja, aber ich hab ein bisschen leiser gemacht. Ich habe selbst nichts mehr gewonnen. Ich frage mich schon mal, wenn das auf YouTube kommt. Das Video. Ja, ich nicht. Uh, Rufflecopter. Da sind voll die Troll-Schlechter. Aber der Boss ist ja ur das Kellerkind. Wie weit müssen wir denn da noch runter? Ah, da ist er ja. Ah, das sieht aber noch wie zu älteren Tagen aus. Also wenn ich meine Waffe ziehe, im Gegensatz zu euren zwei, dann schaut das aus wie ein Zahnstocher, ey. Ja, ha, ha, ha. Schaut euch das mal an, ey. Das ist der Aschenbringer. Wer hat den längsten? Ich? Ich glaube der Aschenbringer. Nee, nee. Armageddon ist schon am längsten. Aber deins ist echt süß. Ja, ja. Als wir das so anschauen. Ja, ja. Er verdreht jetzt voll das Volk der Blue Elf, ne. Auch in ihrer Größe. Für dich finden wir auch noch was Schönes zum Mocken. Ja. Ach ja, falls es jemanden interessiert, der Aschenbringer, der droppt bei, äh, den Schweinchen vor OG. Ist einfach sehr low, müsst sehr lange farmen. Überhaupt keine Lust dazu. Ich hab's ja probiert einmal, aber das ist ja schlimmer als wie ein Rock zu farmen. Ja, klar. Ich glaube, ich verreck jetzt. Nee, tut so nix. Nee, tut so nix. Kräfte sammeln, FTW. Braucht ihr das? Nee, ne? Nein. Kannste alles haben. Nehm alles. Ihr müsst halt einfach nur Bescheid sagen, wenn er was, wenn er was, äh... Ah. Aber drei, ich habe eine dreiköpfige Familie zu ernähren. Muss schon mal schauen, ne, ob wir hier noch was... Wird schwer mit WoW Gold. Kann ja mal nur da zum Aldi gehen und sagen, äh, hm, ich hab hier 10.000 Goldstücke bei WoW. Wo seid ihr hochgegangen, ne? Ah, da denn da, ja. Ich weiß nicht. Sieht so lächerlich aus, der Tauri-Mai-Fahrer süßen. Ja. Die Maske kann man looten. Oh, nur Crap. Schade. Jetzt sieht's noch beschissen aus. Oh, wer hat gepult. Oh, fucking 50 DKP Minus. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Die holen sonst immer mehr. Keine Lust hier drin noch zu verriegeln. Oh, du kommst fast gar nicht vorbei, ohne zu pullen. Doch, ich hab's geschafft. Aue, aue! Boah. Boah. Ja, leck mich. What the fuck? Scheiße. Wir sind beim Trash gewimed. Okay. Cool. Hm. Verstehst du, wie schaffend die, die, die komplette Idi, ne? Jetzt hapert's hier beim Trash. Vorm letzten Boss. Ich glaube, Andi, mit diesem Video wirst du richtig anfangen, die ersten Hater zu sammeln. Ich hoffe es noch. Na ich glaub, einen Hater habe ich genommen. Ey, meine Männer hätte das besser gemacht. Ihr seid die Vollspasten. Me 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 me. Ich hab ein Verrunkel am Arsch. Woher war nochmal das Verrunkel? Ähm... Elementia. Ja genau. Und kann ich euch noch weiterhelfen? Oder habt ihr noch andere Probleme? Ja, ich hab nen Verrunkler am Arsch. Ja dieses Problem ist nicht mehr. Köl, 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 köl. Ja, 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 ja. Sag mal, das ist doch auch ein Boss, oder? Hier. Was? Morlek, der Zerleger. Nee. Wird nicht als Boss in der Karte angezeigt. Wenn du auf M gehst? Aber er ist immer ja egal. Ja, wir können schon mal angreifen. Ja, wir müssen ja alles zeigen von der Ehe, ne? Auch die unbedeutendsten Halbbosse. Nee, das ist so ein stinknormaler. Das gab's doch bei dem Bus da oben auch so einen Gang. Wo einer drinnen stand. Das sind doch normale... Aber schau, da kloppt sicher ein Weg frei. Da will das alle zu Google wieder herstellen. Aber er kommt nicht an gegen die Pixel. Er ist der smaragdgrüne Traum, genau. Ich muss zu Google resetten. Nee, nee, komm, lass den Impos machen. Ich mag die INI nicht. Ja, von wegen Impos. Einen... Es sind noch zwei. Ah ja, voll. In der Mitte. Pull nicht wieder Trash. Ich will nicht sterben. Ja, diesmal sitzt der Paladin ja bei mir. Hm. Ja, dann werde ich pullen. Oh scheiße, muss auf die urfette Meute hinterher. Oh ne. Echt jetzt? Nee, verarscht. Hehehe. 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 Scheiße. Hehehe. Hehehe. Also doch, vielleicht hättest du's nicht machen. Hehehehe. 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 ... Ach, sie hab's gehabt. Hehehehe. Wie heißt der? Ja. Ich bin hier Bartang... Die hauen schon bös rein. Ich geb auch keinen Priester oder Heildudo oder ich kann gar nicht wissen. Oh, nee! Neee. Neeehehehehehache. Also ich glaub, das Video brauchst du nicht online stellen. Fuck, ey. Fuck, ey. Ich habe überlebt, es kann nur einen geben. Scheiße. Tja, wie war das mit Gilden Reststufe 25 und so? Tja, wären wir nur nicht zur Horde. Tja, lieber zu Horde und eine volle Gilde, als lieber der Ali. Die Gilde war voll, war nur keiner aktiv. Ja, weißt du warum nicht? Weil die Sabrina aufgehört hat. Ich will jetzt nicht sagen, Punktmutter, weil die Gildenmutter nicht on war. Ey, warte mal, hier kann man doch sicher abkürzen, oder nicht? Ja, du weißt schon, dass man in Zulgurub nicht in den See rein darf. Ach, ich bin Level 90. Das geht schon. Du hast keine Ahnung, was da alles drin schwimmt im Zulgurub-See. Oh Scheiße. Aua, aua! Aua! Ja, lauter Frenzy. Ja, ist das an Frenzen. Ui, die hauen aber auch noch böse rein. Fuck, und da komme ich nicht hoch? Nein, nein! Scheiße, 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 scheiße. Und außerdem bist du in diesem See auch noch das geheime Monster noch Ness, ne? Sie werden nur mit diesem Köder ja holen. Ne, ich hab's überlebt. Ne, war auch gerade so. Ne, ist egal, ich hab's überlebt. Kommst du zu mir? Stopp, stopp, stopp! Brenn' ich weg? Ich hab' dieses blöde Monster vom, äh, hingepult hier von der Brücke. Ist halt schon drüben, oder was? Ja, ich bin halt über die Brücke gegangen, während er sich die Hose nass gemacht hat. Oh, Arschlo! Er hat halt Angst vor den großen grünen Blumen gehabt. Was? Was ist das denn? Was spielt der Bände? Ich drück' mal Bedarf. Okay. Nein, du, Arschlo! Drück' mal drauf! Weil ich grün bin. Okay. Hm? Zum Öffnen rechts klicken. Äh, ja. Ja, toll. Marz, Bauch. Marz, Schlosser. Marz, Schlosser. Marz, äh, Schwanz. Marz, Bauch, Marz, Schlosser. Ich seh' nur Schwanz. Okay, halt, stopp, bleib' da. Das ist das, was du immer denkst. Penis, Penis, Penis. Na? Habst du das gesehen? Skills nennt man sowas. Nee. Elegant ausgewischt. Okay, what the fuck? Superman Augenlaser oder was? Äh, warum haben die solche blauen Pfeilchen oben drüber? Kannst du weglaufen? Ist das irgendwas zu bedeuten? Du wirst gelasert. Lasertack. Ja. Die Augen werden gelasert. Oh, shit, shit, shit. Lauf! Ja, fokuss, fokuss mal einen raus. Einer ist schon tot. Äh, nicht zum Boss. Oh, shit, shit. Nee, nee, ich hab das alles mit einkalkuliert. Oh mein Gott. Also, wenn du so spielst, ne, wie in Classic, ne. Ja, da wären wir schon lange fertig. Nee, ich meine, ich stell mir das grad so vor, ne, der Andi. Dax Ramos, 40er, ne. Warte mal, warte mal, soll ich euch schnell irgendwie heilen, oder was? Ja. Nee, nee. Oberhealen. Wenigstens ein bisschen. Da hat kein Mana mehr. Jetzt ist so um. Ja, Moment, Moment. So, hier stehen drei Kesseln. Ich glaub, für diesen Boss werden wir drei Kesseln benötigen. Ja, da musstest du ihn irgendwie reinziehen, oder so. Ah, nee, genau. Die geben ja die, die... Die Schadensverringerungen. Da müssen wir gucken, was er für Schaden austeilt, und dann je nachdem... Au! Au! Ja, du wirst mal die Kesseln getrunken! Ja, du wirst mal die Kesseln getrunken! Cool, so einen Zauber hab ich aber als Hexenmeister auch. Uhhh! Also wir greifen den jetzt erst an, dann schauen wir mal, was er für Farben macht, und dann gehen wir zu dem Topf hin und holen uns was draus. Richtig. Richtig. Ja. Gut. Wir holen! Ja, wir wollen über Banzi lachen. Ja, wir wollen über Banzi lachen. Ja, okay, ich glaub, das mit den Fässern können wir bleiben. Ja. Boah! Nein, kann man doch nicht. Nein, kann man doch nicht. Boah! Toxisches Gas, dann müssen wir zu dem da hinten, ne? Boah! 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 Fuck ey! Na, scheiße! Ich wär fast gar nicht. Nein! Go, Kevin! Hau ihn um! Und dann mach, äh... AE-Red. Oh! Es kann nur einen geben! Jawoll! also ich geh, diesmal geh ich auch über die Brücke. Ja, ist gesünder. Ja, Mr. Classic Player, ne? Die bei so einem normalen Heroboss verrecken. Ja, das ist natürlich auch was ganz Spezielles. Das ist so anspruchslos, da konzentriere ich mich nicht. Das auch für alles, der Ausrede. Klar, hat man zu Classic gelernt. So, äh. Man ist nicht selbst schuld, ne? Genau, es ist immer der Raidlead. So, am Plattenhelm mit Willenskraft, Intelligenz. Das sieht aber scheiße aus. Ja, ne, wobei. Wer ein Troll nicht. So schlecht sieht er gar nicht aus. Ich will trotzdem nicht. Ich mag nicht. Ich bin außer Reichweite. Äh, Kevin? Ja? Kommst du? Ja. Ich muss der. Ich muss der. Oh, der Bistepper. Ja, warum haben die mal einen Level up? Das ist ja unglaublich. Nein, das war jetzt gerade ich. Ich bin schon 90. Nein, der Blitz bin ich. Das wirst du gerne. Achso, das meinst du? Ja. Das ist Level up. Achso, okay. Dachte ich da, mein Blitz ist so hell. Aber... Sind alle Stufe 89. Und wenn wir draufkloppen, kriegen wir das letzte Level up. Schweine. So würde ich auch gerne mal leveln. Oh, das war so am Boden. Ja, rausgehen. Das ist ein Geisterkrieger, oder wie? Kann ich aber nicht angreifen. Kommt der wieder? Nee, geht nicht. Sowieso komische Geister, die hier rumschwirren. Ich weiß nicht, das ist sehr strange, das Hulk-Hu-Hoop. Ja, aber... Bist du meintest, man muss ja das alte Hulk-Hu-Hoop ja zerstören, ne? Dafür gibt's ja ein schönes Katakysm-Hulk-Hoop. Das ist ja viel besser und so. Ja, ja. Ey, guck mal, hier ist Hak-Harr. Also der Geist von Hak-Harr. Der Blut-Gott. So, Run, Cooldowns zünden und, äh, erfolgreich sein, ne? Ja. Niewohl! Ich mach ohne Scheiß mit meinem Gammelgear-Priester-Meerschaden. Mhm. Okay, raus aus dem Ding. Was ist jetzt los? Oh, kacke. What the fuck? Achso. So, was darf ich? Ich bin da raus. Ich bin da raus. Aue! 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 Hier ist ein Mob. Normaler. Oder auf HK? Nee. Im Mund. Keine Ahnung. Ah, wir müssen vielleicht die Dinger da, also, also, wir müssen uns hier reinstellen und, ja genau, da kommen halt diese Felsbrocken runter. Und, hab ich recht, hab ich recht damit? Ja, wir gehen morgen wieder raus. Kann so sein. Kann so sein. Nee. Nee. Wem willst du denn anrufen? Aua! Nee, brauchst du. Oh! 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 Alles gefühlt über den Woid. Oh, warte mal, verfagte mal. Hahaha. Scheiße. Oh mein Gott. Let's fail Zulko-Rub. Herzlich willkommen. Wie war denn noch? Ja, okay, einer sollte mal ein Guide lesen oder so. Verwundbar durch den Ganzkörper-Aufprall von großen, schweren, trollförmigen Objekten. Hier, jetzt bauen wir noch verzerrte Geister. Au! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Vielleicht müssen wir uns einfach hier so zu ihm stellen, dass er sich selber treffen tut. Hm. Macht das ihm Aua? Nee. Ja, ich denk schon, dass es mit den Ketten was auf sich hat. Dass man die irgendwie kaputtieren muss. Keine Ahnung. Jetzt rausrennen, jetzt rausrennen, geh weg. Nee, das bringt eben auch nichts, hab ich auch schon probiert. Dann kannst du die aber nicht kaputt hauen, oder? Nee. Oder kriegen die einen Stack, wenn man da draufhaut? Nee. Das steht verwundbar durch den Ganzkörperaufbau von großen, schweren, trollförmigen Objekten. Ja, es gibt ja große und kleine Meteor-Dinger da hier. Oder müssen wir irgendwelche Trollsteine auf den Werfen? Ja, ich hätte es auch vermutet, man muss irgendeinen Troll auf ihn schmeißen. Diese 3-Meter-Drolle. Ich hätte doch also mit meinem Dudu mitkommen sollen. Hätte er mich werfen können. Genau. Obwohl ein Healer! Ja, was machen wir? Ich hab keinen Plan. Keine Ahnung, ich war hier eh noch nicht. Ah, ich geh mal kurz... Nee, das ist scheiße. Soll jemand anders kurz gucken. Ja, wenn, schau mal, du. Du was findest? Nee, ich brauch ein paar Sol-Ewigkeiten. Hm? Ja, das ist doch nicht. Versteht ihr ja irgendwas im Dungeon-Buch drinnen. Ja, muss ich das jetzt wieder machen, oder wie? Warte mal, das muss doch in diesem Dungeon-Companium drinstehen. Ich weiß nicht. Da stehen normalerweise eigentlich nur die Fähigkeiten drinnen, aber nicht wie man sie bekämpft. Ja, das Problem ist, die Teile greifen wir einen auch dauernd an. Vielleicht mit so einem, äh... Geist der Gurubashi. Vielleicht hätte ich den jetzt nicht pullen sollen, aber... Ach! Im Inventar haben wir auch nichts, was wir drauf haben. Ah! Diese Geisterkrieger, diese Riesentrolle da, die können die Dinge kaputt machen, die Barrieren. Da muss ich anchargen. Hab grad gelesen. Die, diese Kuppeln, die haben den, den, den... Waffbrüchige Barriere, und da muss eben so ein Geisterkrieger-Troll anchargen. Ach, doch, so ein Dicker. Ja, hab's grad durchgelesen. Also haben wir keinen mehr? Ja? Ja, doch, da vorne stand eben einer, aber den hab ich... Doch, da steht wieder einer. Der lebt schon wieder. Gut, dann hol ich den her. Der muss sich anchargen, also einen Bodycheck muss der machen. Der steht da drinnen. Ich werde dich ein bisschen. Vielleicht kommt hier bald der Enrage. Also ich stelle mich da einfach mal rein. Ja genau, er muss sich anchargen, also Bodycheck machen oder sowas. Da mach ich so viel drauf. Bodycheck. Okay. Äh, heal mal oder so, bitte. Thomas, du musst mal den Anti rein. Ja? Mach ich grad. Oder mal die... Wer abspotten. Äh. Ah, wenn der Pfeil kommt, macht er einen Bodycheck. Dann muss man sich in Richtung... Ah, er hat eine Kugel kaputt gemacht. Ah, Scheiße. Scheiße, wir verrecken wieder. Nein! Ah, der enraged immer mehr. Okay, wir haben... Wir haben zu lange gewartet. Okay, jetzt wissen wir, wie's geht. Dann kann ich da noch rausschneiden. Aber macht Spaß irgendwie. Das ist lustig. So als drei Mann, ne? So als einer der Kille da rein. Ja. Macht Spaß. Vor allem jetzt haben wir auch eigentlich mal das neue Zul-Gurub gesehen, ne? Ist ja auch was. Ja, das ist super. Ich bin richtig auf deinen Ballwagen aufgesprungen. Ja, vor allem im James Bond-Style. Ja, ja. Ja, ja. Ah! Oh! Andi, wir müssen alle... Moment, was? Nicht hochrennen. Wir müssen... Diese Geisterkrieger müssen wir töten. Und hier drüben lebt noch einer. Ich fahr mal hier rüber. Oh. Nämlich sonst... Ja, aber der andere... Als der andere kaputt ging, der ist sofort wieder respawnt. Nein, nein. Es geht darum, du musst erst einmal, dass er seine... Scheiße, ich komm nicht hoch. Das ist doch so schade. Ja, der läuft kurz oben drüber. Der geht nicht. Fuck, ey. Wie viele Schaden machen die? Nee, es geht darum, weil der jetzt noch lebt. Und wir werden ja dann in diese Weltregie hineingezogen, ne? In die Geisterwelt. Ja. Und wenn der nicht tot ist, ist er sein Geister nicht befreit. Kann ich jetzt mal da hoch? Wie bist du da hochgekommen? Äh, Skill? Nervig, du musst dich runterfallen lassen. Du musst außen rumlaufen. Ja, hier ist noch einer. Ja, lass, zwei reichen. Ne, sicher, sicher. Bei unseren Skills. Ich pull mal. Jetzt warte, wir sind jetzt mal fertig hier. Sehr schön. Hat der Buff Food dabei? Nee, noch nicht. Okay, Ausdauerbar Funko. Ja, okay, dann halt nicht. Ja, hat der Paller mit dem Ausdauerbar? Nee, nee. Deiner? Achso. Holzkopf. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich hab den Jäger gespielt. Entschuldigung. Ich mach mich erst einmal wie mit dem Krieger hier, ne? Und so. So. Also. Ich hol mal den Ersten. Oh, hol du den Ersten. Und wenn der Pfeil kommt, dann stell ich hinter eine Kugel. Die Kugel ist unverzeihlich genug. Du schaffst ein bisschen rum. Aber wir, 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 wir dürfen nicht zu lange... Ah, ich werd jetzt angecharged. Ja, eine Kugel ist schon kurz tot. So eine Kugel. Immer in Bewegung bleiben, wenn die Meteor. Sehr schön. Der Nächsten? Der Pfeiler ist... Oh. Hm? Jetzt hast du's verpasst. Ähm... Ah, echt. Der haut schon wieder ziemlich ordentlich Schaden raus. Ja, aber das ist, weil du dich nicht bewegst. Das wecht dir mit den Ohren aus. Wir haben auch einen größeren Radius. Schnell! Schnell, Thomas. Kaum in Richtung der Kugel. Ha. Er ist schon tot. Ja, komm, äh, Kevin. Hol du den Nächsten. Ich mag ihn nicht schon wieder. Ja, dann halt mir die ganzen Ads hier vom Arsch. Opfer sein. Ah, leck mich doch. Ah, leck mich doch. Sehr schön, Andi. Ja, Mann. Aber jetzt... Warum ist der Thomas tot? Ja, mich hat's gerade erwischt. Ah, fuck! Die Scheißdinger. Ich hab dich kurz geheilt. Und... ... konnte mich in der Zeit nicht heilen. Und dann... ... fäll ich weg. Aber das fackt ja auch so. Jetzt... Also... ... ... ... ... ... ... ... ... Toll, das war's schon. Achso, HK selbst stellt sich gegen ihn jetzt. Okay, HK killt ihn selbst. Seid frei, Insekten. Um euch kümmere ich mich ein andermal. Deine Mutter kümmere ich mich.